Beispiel Warten Ein Freund Das ist ein Feind Aaaaah ok versteckt Und es gibt es immer nur für die Nichtfänger glaube ich immer nur Sachen müssen verstecken oder sowas Das ist cool Hier sollte auch noch ein Fänger sein Will dich achsten Darf ich dich achsten Fänger? Komm schon das Warum hat er eigentlich von mir Angst? Er ist doch der Fänger Jovi Jovi Jovian Jovi 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 Jo Mary Jo Spassier Er rennt weg. Ja. Oh. Schon ein bisschen cool. Sie sind aber auch ein bisschen öde zugleich. Mann. Ich kann die Kacke nicht ein bisschen. Hier sind welche. Test Loot. Von jemandem, der weggegangen ist. Haut ab. Oh, der Typ ist so dumm, ne? Es geht ja um Fang, ne? Aber die Loot-Shops helfen einfach. Und der Typ geht einfach vom Loot-Shop weg. Das ist so ein neister Loot-Shop. Der geht da einfach weg. Ich wäre doch scheiße. Ich habe vorhin das Spiel gar nicht verstanden. Ich dachte mir so, ich bin Sucher. Aber trotzdem. Wäre ich jetzt getötet oder bin ich dann selber offen? Ich habe keine Ahnung gehabt. ganz viel davon die Teilen. Kann man alles nutzen. Das ist es. 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 Das war's. Hier sollte direkt einlassen. Da. Ja! Ha! Ehre genommen! Ehre genommen! So hart genommen! Und ihr wirft diese Kackbomben, das ist unnötig! Man muss ihm anders auf... Ist der dumm? Ach der Moodie ist ein bisschen komisch. Hier ist es einer. Ja, das ist nicht der. Typisch Ruh. Ich stehe erst oben. Das sind ja mega wenige noch. Zwei, drei Leute noch. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Wo ist echt der Typ? Das hat kurz nichts. Das kann man ihm endlich sehen. Ach der Moodie ist auch. Oh dumm, dumm. Schon ein unnötiger Moodie. Was ist das? Was ist das? Ich hab keinen Fallschirm bekommen. Ich hab keinen Fallschirm bekommen. Ich hab nicht wegen der Kacke sehen. Ich hab noch zwei. Bye. Da krieg ich noch einer. Da. Dicker, warum zerschören die nicht diese scheiß Jumper? Das ist ein einziger. Ich bin schnell zum nächsten Jumper. Wenn ich hier gleich wieder rüberkomme. Dann werde ich. Jetzt. Er fliegt hin. Er fliegt hin. Er fliegt hin. Ah! Was machst du? Die müssen doch nur diese dummen Jump-Heads das hören. Und... Jump-Heads weg! Weg damit! Hallo Jump-Heads! Hab doch gesagt. Das sieht cool aus. Das sieht cool aus.